So, einen wunderschönen guten Nachmittag wünsche ich von Seiten der ArgoSense GmbH. Ich hoffe, Sie können mich gut hören. Ich begrüße Sie recht herzlich zum heutigen Webinar Datenaustausch mit ArgoSense Symphonie, Lieferantenportale im Bereich Automotive. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Ralf Klimke, ich bin zuständig bei ArgoSense für Vertrieb und Marketing und werde Sie heute durch das Webinar begleiten. Ja, die Frage ist ja grundsätzlich für den Nachmittag heute, für die halbe, dreiviertel Stunde, wie kann man denn mit Partnern über Unternehmensgrenzen hinweg kommunizieren? Welche Möglichkeiten gibt es hier, Daten auszutauschen in verschiedensten Formaten, unterschiedlichste Daten natürlich auch? Welche Freiheitsgrade hat man hier bei der Auswahl und welche vielleicht schon etablierten Systeme der jeweiligen Partner gibt es hier schon? Das wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen. Was haben wir uns heute vorgenommen? Zum einen möchte ich ein paar Worte über ArgoSense selbst verlieren, ganz kurz, dann die Lösungen kurz vorstellen und dann möchte ich eigentlich schon direkt zum Hauptthema übergehen, Datenaustausch zwischen Zulieferern und OEMs beziehungsweise sozusagen der landläufige Begriff OEM, Automobilhersteller. Da wir auch den einen oder anderen Teilnehmer hier heute dabei haben, der jetzt nicht unbedingt aus dem Automobilbereich kommt, da sei noch gesagt, dass das, was wir hier zeigen, natürlich auch generellen Charakter hat. Das heißt, das ist also nicht nur jetzt speziell zugeschnitten für den Automobilmarkt, sondern das, was wir heute sehen, die Lösung kann natürlich auch in jedem anderen Bereich, wo Sie zwischen Unternehmen oder auch intern Daten austauschen möchten, angewendet werden. Wir wollen heute eben nur so ein bisschen auf die Spezifika dort eingehen und welche etablierten Systeme seitens der Automobilhersteller hier schon zur Verfügung stehen. Ja, dann möchte ich im Anschluss eben auch zu unserer Lösung ArgoSense Symphonie noch den technischen Aufbau ein bisschen erklären, dass Sie da auch den Hintergrund dazu haben, wie das Ganze dann auch funktioniert. Und am Ende, wie gesagt, dann eine kleine Frage-in-Antwort-Runde. Ja, was können wir zu ArgoSense sagen? Wir sind seit 2009 am Markt, haben uns spezialisiert auf die Bereiche Werkzeug- oder Tool-Integration und das Thema Datenaustausch zwischen Unternehmen. Wir haben einen Sitz in Convestheim vor den Toren Stuttgart sozusagen. Und ja, haben jetzt auch seit 2013 beziehungsweise 2014 eine eigene Lösung für das Thema Requirements Management an den Markt gebracht, so ein bisschen raus auch aus unseren Erfahrungen eben auch mit der Tool-Integration. Haben wir einfach versucht, hier so das Beste aus den Welten, die wir eben kennengelernt haben, irgendwo zusammenzubringen. Und wie gesagt, hier eine eigene Lösung. Aber das soll heute nicht das Thema sein. Wir werden uns da komplett auf den Bereich Tool-Integration beziehungsweise natürlich Datenaustausch fokussieren. Wichtig ist dabei natürlich für uns auch, dass wir für die Tool-Integration, aber auch für den Datenaustausch natürlich ein sehr gutes Verständnis für die vielen ALM, also Application Lifecycle-Management-Werkzeuge haben, die am Markt vorkommen. Letztendlich ist ja genau das auch mit ein Teil des Themas heute, dass sie zum Beispiel eben Fehler-Management-Werkzeuge haben oder Change-Management-Werkzeuge und Daten daraus eben mit ihren Partnern tauschen möchten. Da ist es für uns beziehungsweise unsere Mitarbeiter, unsere Berater natürlich ganz, ganz wichtig, dass die eben auch mit diesen Tools entsprechend sich auskennen und eine entsprechende Expertise auch haben. Wir können mit Scholz dann auch sagen, dass die Software, die wir anbieten, komplett in Deutschland designt und auch hergestellt wird. Das heißt, wir betreiben ja aus Convass-Time heraus die komplette Entwicklung, den Support und natürlich auch die Beratungsleistungen, Vertrieb für unsere Produkte. Was noch viel wichtiger ist, letztlich ist, dass, was wir als das wichtigste Assets sozusagen, wir uns im Unternehmen ansehen, unsere Kunden letztlich, die uns dann auch immer wieder ein sehr, sehr gutes Feedback geben, ja, wie wir denn unsere Produkte verbessern können, weiterentwickeln können und was vielleicht an der einen oder anderen Stelle eben noch ergänzt werden kann. Dadurch, davon lassen wir uns letztendlich treiben und das prägt dann natürlich auch unsere Produkte. Das heißt, wir denken uns nicht nur tolle Sachen aus, sondern nehmen eigentlich zum größten Teil das auf, was unsere Kunden sich wünschen und fordern und machen dadurch, also bringen dadurch natürlich ein Produkt an den Markt, das auch von den Kunden entsprechend gewollt und gefordert wird. Wir haben natürlich auch eine, das sind wir beim Thema Kunden ganz stolz drauf, eine schöne Liste von Kunden. Hier ist ein Auszug unserer Kundenliste. Was ich an der Stelle immer sage, ist, wenn Sie auch mal den Bedarf haben, dass Sie vielleicht den ein oder anderen Kunden sprechen möchten, bevor Sie sich zum Beispiel für eine Lösung von Argosens entscheiden wollen, stellen wir gerne in Kontakt her. Einige dieser Kunden haben einen Sprechpartner, die da auch gerne bereitstehen und aus erster Hand sozusagen auch Erfahrungen weitergeben mit uns als Firma und auch mit unseren Produkten. Sie sehen auch, dass unsere Produkte hier nicht nur im Automobilbereich eingesetzt werden und auch das Thema Datenaustausch natürlich auch nicht nur hier eine Relevanz hat. Die Lösungen nochmals mit Namen versehen. Einmal Argosens Symfony ist das Produkt für die Werkzeugintegration im Application Lifecycle Management Bereich, wo wir uns spezialisiert haben, beziehungsweise eben für den automatisierten Datenaustausch und unser schon angesprochenes Produkt für Anforderungsmanagement nennt sich Argosens Fidelia. Genau. So, schauen wir uns ganz kurz Symfony nochmal so von einer ganz großen Flughöhe an. Das Thema Tool-Integration möchte ich nur eine Folie dafür verwenden. Was wir hier machen, Symfony ist, ja, ich nenne es gern auch so, als ein Bussystem ausgeprägt und Sie sehen hier so die verschiedenen, die verschiedenen Domänen aus dem Software- und System-Entwicklungs-Lifecycle, also angefangen vielleicht beim Requirements Management rechts oben, über das Change-Defect-Management, Modellierung, Simulation, Source-Code-Management und so weiter. Dahinter verstecken sich sozusagen eben gewisse Werkzeuge, die am Markt verfügbar sind und diese Werkzeuge docken wir sozusagen an unsere Plattform an, damit all diese Tools untereinander entsprechend schon mal miteinander kommunizieren können. Das heißt, dadurch erreichen unsere Kunden eben auch eine geschlossene, durchgängige Prozesskette über alle Disziplinen hinweg und können natürlich auch eine gewisse oft geforderte Nachvollziehbarkeit in ihrem Entwicklungsprozess entsprechend darstellen und auch nachweisen. Wichtig ist natürlich, viele dieser Werkzeuge haben auch einen bestimmten Workflow oder eine bestimmte Arbeitsweise. Das unterstützen wir natürlich auch in dieser Workflow, diese Arbeitsprozesse, die gehen natürlich über die Tool-Grenzen hinweg hinaus. Und deshalb ist es eben auch wichtig, dass man beim Thema Integration auch diese toolübergreifenden Prozesse und Workflows berücksichtigen kann. Und das tun wir natürlich auch in der August und Symphonie. Das heißt, viele unserer Kunden fahren einen sogenannten Best-of-Breed-Ansatz, sprich die suchen sich eben in dieser Tool-Kette jeweils für die verschiedenen Domänen das für sie am besten geeignete Werkzeug aus und haben dann natürlich eben die Herausforderung, dass sie die Tools integrieren sollten. Es gibt ebenso natürlich auch zum Beispiel von PTC oder Polarion eben geschlossene, mehr oder weniger geschlossene Toolketten, die so einen großen Teil dieser Runde hier abdecken. Aber dennoch ist es auch da der Fall, dass wir Kunden haben, die dann vielleicht für eine ein oder andere Anwendung dann doch ein bisschen ein anderes Werkzeug einsetzen. Und auch so kommt es eben zustande, dass wir natürlich auch diese ALM-Toolketten auch hier integrieren. Man sieht es hier rechts oben schon so ein bisschen ausgegraut. Data Exchange, das wollen wir uns Datenaustausch, wollen wir uns jetzt hier nochmal ein bisschen detaillierter angucken. Also hier eben nochmals, sein Mars-Symphony als Bus kann eben sozusagen genauso erweitert werden um den Bereich Datenaustausch mit externen Partnern. Wichtig ist letztlich nur, dass wir irgendwie eine physikalische Verbindung haben auf irgendein System. Das kann zum Beispiel auch natürlich in der DMZ stehen. Sie müssen also nicht komplett natürlich ihr Netzwerk öffnen. Man muss auch nicht direkt an irgendwelche Tools sich anbinden, sondern man kann auch mit Dateien arbeiten, die man überträgt. Dafür gibt es auch schon teilweise spezialisierte Formate, komme ich aber später nachher noch drauf. Manche Partner, vor allem eben im Automobilbereich, sehr gerne gemacht, bieten hier bestimmte Portale an, auf die sich dann zum Beispiel die Zulieferer verbinden können, haben dort eine Art Folderstruktur, können sich dort Daten holen, Daten ablegen oder eben auch schon über einen direkten API-Zugang, mehr oder weniger direkt Daten synchronisieren und austauschen. Symfony selbst zeichnet sich dann an der Stelle dadurch aus, dass wir mit sogenannten Templates arbeiten. Das heißt, wir haben eigentlich für die meisten Anwendungsfälle, die so typischerweise vorkommen, Vorlagen erstellt, sodass wir dann auch nachher sehr schnell auf die Kundenwünsche reagieren können und die Implementierungszeit auch jetzt mit dem aktuellen Release drastisch reduzieren konnten, sodass wir hier, sehe ich mal, in ein, zwei Tagen Arbeit und Abstimmung zwischen den Parteien da schon ein fertiges System hinstellen können. Die Formate hatte ich gerade schon mal ganz kurz angesprochen. Also es gibt natürlich jetzt im Bereich Requirements Management zum Beispiel das RKF-Format für den Austausch von Fehler- oder Änderungsmanagement-Daten, das sogenannte ASAM-Format. Dann haben einige der Automobilhersteller eigene Portale wie BMW, Daimler, VW, Porsche und so weiter, die hier Portallösungen anbieten, die dann zum Teil proprietäre Formate, Austauschformate anbieten. All das wollen wir natürlich bestmöglich mit August & Symphony unterstützen und wie wir das machen, schauen wir uns natürlich im Verlauf an. So, hier steigen wir dann direkt in das Thema ein. Fehler-Management im Automotive-Bereich ist der Bereich, den wir uns hier rausgepickt haben. Das heißt, es geht einfach darum, dass partnerschaftlich gemeinsam gearbeitet wird und da natürlich auch gegenseitig getestet wird. Das werde ich aber direkt im Anschluss noch mal anhand von einer Folie zeigen. Was ist denn so die Ausgangssituation? Was bewegt die Partner hier noch enger zusammenzuarbeiten, mit noch weniger Medienbrüchen vielleicht auch zu arbeiten? Zum einen natürlich an den Entwicklungszeiten. Kürzer die Sicherheits- und Qualitätsanforderungen steigen natürlich stetig. Macht auch Sinn. Autonomes Fahren und solche Dinge, die im Gespräch sind, die haben natürlich eine gewisse Kritikalität und da ist es umso wichtiger, sagen wir, möglichst manuelle Dinge so weit wie möglich zu eliminieren, dass man hier wirklich mit einem hohen Automatisierungsgrad einfach auch saubere Daten übertragen kann. Genau, es ist natürlich auch entsprechend immer durch diese enge Verzahnung natürlich auch ein entsprechender Abstimmungsaufwand zwischen den Partnern einfach da. Den möchte man natürlich auch versuchen, möglichst gering zu halten durch Automatismen und eben genauso auch, dass eine Kommunikation eben entsprechend schnell und zeitnah geschehen kann, ohne unnötige Verzögerungen. So, dann ist es meistens so, dass wir sehen, es gibt eben, wie schon angesprochen, sogenannte Lieferantenportale seitens der Automobilhersteller oder auch die Zulieferer bieten Ähnliches an, entweder für ihre Kunden, aber auch für ihre Subzulieferer sozusagen. Und technisch gesehen ist es dann in der Regel ein Zugang per manueller Zugang, sage ich jetzt mal, über irgendeine Form von Webinterface, sodass man hier sozusagen vielleicht gemeldete Fehlermeldungen manuell bearbeiten kann oder eben möglichst dann im Idealfall bekommt man eine API zur Verfügung gestellt, mit der man dann automatisiert sich dort anbinden kann. Aber man hat natürlich dann immer den Aufwand als Partner, der sowas zur Verfügung gestellt bekommt. Man hat halt einfach mal nur eine API und da muss man eben was damit machen, damit es automatisiert wird. Und dafür gibt es eben auch unter anderem Symphonie. So, das heißt, der OM, der Autozulieferer, hier stellt sozusagen erstmal einen technischen Zugang bereit. Bei Daimler AG heißt es Assistante, das Portal, bei BMW gibt es momentan zwei, das Panama bzw. TAE SSI. Porsche nennt es Pfiff und zum Beispiel Volkswagen, KPM, GSB. Andere OEMs stellen dann vielleicht zum Beispiel einfach eine Instanz von einem Change Management, von einem Ticketsystem, wie zum Beispiel ein Atlassian Jira irgendwo in eine DMZ, auf das man sich dann direkt verbinden kann. Das haben wir zum Beispiel bei Ford ist das der Fall und so weiter und so fort. Das heißt, hier gibt es wirklich ganz, ganz unterschiedliche, ja, ich sage jetzt mal, technische Zugänge, die zum Teil eben natürlich auch ganz unterschiedliche Formate haben und ganz unterschiedliche Anforderungen jetzt an den Partner stellen, wie man sich hier verbinden kann. Des Weiteren ist es dann so, dass natürlich so ein Datenaustausch nicht nur, ja, so ganz einfach, man schickt jetzt mal Excel-Tabellen hin und her, sondern es gibt ja auch ganz bestimmte Prozesse, die man berücksichtigen muss und die geben in der Regel ja auch die Kunden dann vor, die sagen, okay, wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann haben wir hier einen Prozess vorbereitet für die Kommunikation und für den Datenaustausch, dieses Regelwerk. Und wir möchten gern, um das natürlich möglichst einheitlich zu gestalten und möglichst eben auch, ja, kontinuierlich zu gestalten, dann entsprechend, dass sich alle Beteiligten da dran halten. Das kann beispielhaft mal so ausschauen. Das ist jetzt aus einem Projekt. Das sieht man unten in grün sozusagen den Autoherrscher, den Kunden, oben den Grau, den Zulieferer. Und der OEM hier unten hat halt intern sozusagen sein Statusmodell, wie er jetzt zum Beispiel eine neue Fehlermeldung, die er entdeckt, durch den Workflow durchtreibt. Und oben beispielhaft der Zulieferer, der natürlich ein eigenes Ticketsystem hat und auch einen ganz eigenen Workflow. Das muss jetzt nicht unbedingt dem entsprechen, was wir hier sehen, aber es gibt eben bestimmte Punkte, Synchronisationspunkte, die hier mit roten Pfeilen markiert sind, an denen muss eben sozusagen dann ein Datenaustausch oder eine Synchronisation stattfinden, damit eben die Daten zum erwarteten Zeitpunkt beziehungsweise zum erwarteten Zeitpunkt in dem Workflow entsprechend für beide Seiten verfügbar sind. Ob jetzt der Zustand beim Supplier Analyzed heißt oder in Analyse oder analysiert oder in Arbeit ist im Prinzip egal. Wichtig ist nur, dass das, was gemeint ist, dann eben zu dem Zeitpunkt, wo das beim OEM eben Underwork ist, er auch die richtige Information bekommt. Das muss eben abgestimmt werden zwischen den Parteien. Und das ist auch das, was wir dann sozusagen als Automatismus nachher in unserer Lösung in Argus und Symphonie hinterlegen, damit also der ganze Ablauf nachher komplett automatisiert ist. Das heißt, jeder Partner arbeitet ganz gewohnt in seinem internen Ticketsystem und im Hintergrund läuft die komplette Synchronisationsmaschinerie entsprechend den Regeln und den Workflows, die hier gemeinsam definiert worden sind, ab. Hier noch ein weiteres Beispiel. Hier wäre jetzt nicht eine neue Fehlermeldung, sondern einfach schon ein Duplikat als eine zweite Fehlermeldung im gleichen Inhalt sozusagen. Und die hat natürlich ein bisschen einen anderen Workflow. Und so gibt es mehrere Anwendungsfälle, mehrere Use Cases, die natürlich entsprechend abgebildet werden müssen. Es kann auch sein, dass zum Beispiel der Zulieferer in dem Fall selbst einen Fehler entdeckt in seinem eigenen Produkt, das der Kunde schon zum Testen hat, und diesen dann dem Kunden nochmal melden, sagt, hier habe ich was gefunden, pass mal darauf auf. Auch das ist zum Beispiel ein Anwendungsfall, der wiederum natürlich ein bisschen anders ausschaut von der Konfiguration her. Das alles muss natürlich berücksichtigt werden. Das heißt, es ist also nicht nur wirklich eine reine technische Anbindung, die hier notwendig ist, sondern natürlich auch eine gewisse Logik ist für diesen Datenaustausch unerlässlich. So, technisch könnte das dann so ausschauen. Wir haben also die zwei Parteien, Lieferant und Kunde oder Hersteller in dem Fall. Wie gesagt, das kann auch jetzt zum Beispiel Lieferant und Sublieferant sein. OEM muss auch nicht Automobilhersteller bedeuten, kann auch jeder andere Kunde dann letztendlich sein. Im Automobilbereich ist es dann aber so üblich, dass dann der Kunde einen Auftrag vergibt, einen Entwicklungsauftrag an den Lieferanten. Hier mal beispielhaft ein Steuergerät, das aus Hard- und Software besteht. Der Lieferant beginnt, also man hat sich natürlich über die Eigenschaften des Produkts geeinigt. Der Lieferant beginnt zu entwickeln, hat einen gewissen Zustand erreicht und in seinem Lebenszyklus eben dann auch führt er dann entsprechende Tests durch. Diese verwaltet er in einem eigenen, internen Change- oder Defect- oder Tickets-System. Das können verschiedenste sein. Und wenn er dann einen bestimmten Reifegrad erreicht hat, dann kann er das als Musterstand zum Beispiel dem Kunden schon mal übergeben. Das ist jetzt noch nicht unbedingt der Serienstand, sondern einfach ein Muster. Und der OEM, der Kunde selbst, hat natürlich ein eigenes wiederum Change-Defect-Management-System, ALM-System und wird dann das Produkt entsprechend testen und seine Fehler, die er findet, hier drin festhalten. So, jetzt möchte er natürlich, wenn er Fehler findet, dass die behoben werden. Dafür haben die vorhin schon genannten OEMs die entsprechenden Systeme, diese Portale, die dann eben in der DMZ stehen und legen dann diese Daten bereit in diesem Portal, zum Beispiel in einem spezifischen XML-Format. Das kann also ein proprietäres XML-Format sein, das der Kunde da letztendlich bestimmt. Das kann aber auch ein Standard-XML-Format sein, das also so einen öffentlichen Standard hat, wie zum Beispiel dieses ASAM-Format. Das macht es dann meistens ein bisschen einfacher für den Lieferanten. Oder aber es gibt eine direkte Schnittstelle. Meistens ist es eben nochmal über eine Fassade abgekoppelt von dem internen System, einfach aus Sicherheitsgründen. Aber es gibt eben eine definierte Schnittstelle, meistens eine REST-API, auf die sich dann der Lieferant verbinden kann, um eben automatisiert hier Daten abzuholen. So, das ist jetzt die Frage, wie macht das der Lieferant? Und das bleibt ihm natürlich überlassen. Also es kann natürlich, wie gesagt, ein Zugriff auch auf ein Web-Interface sein, in diesem Portal, wo man diese gefundenen Fehler lesen kann und sie auch kommentieren kann und den Bearbeitungsstatus und so weiter manuell ändern kann. Das kommt sehr häufig vor, dass der Lieferant sein eigenes Change-Management betreibt und die Entwickler dort aber dann von Hand noch parallel das vom Kunden öffnen und da manuell sozusagen versuchen, diese Daten in irgendeiner Form synchron zu halten. Das ist natürlich nicht so elegant. Ja, da geben sich dann natürlich verschiedene Anforderungen an so eine Lösung. Das heißt zum einen, wie schon gesagt, Workflow und Daten muss in irgendeiner Art und Weise aufsynchronisiert werden. Das heißt, die vorgegebenen Prozesse vom Kunden müssen natürlich abgebildet und abgestimmt werden auf die eigenen internen Workflows im eigenen Change-Management-System. Wir möchten ja nicht für jeden Kunden unser eigenes Datenmodell ändern, sondern wir wollen das möglichst einfach synchron halten über eine bestimmte Logik. Das soll natürlich möglichst einfach passieren und eben vielleicht, wenn ich mehrere Projekte mit einem und demselben Kunden habe, nicht jedes Mal neu gemacht werden müssen, sondern vielleicht einfach nur ein bisschen anders konfiguriert. Nicht alle Projekte arbeiten ja unbedingt unbedingt gleich, auch bei einem selben Kunden. Und genau, also das sind so die, gehen wir mal zurück, die wichtigen Punkte hier, die so an weiteren Anforderungen entstehen. Dann an die technische Anbindung gibt es natürlich auch bestimmte Anforderungen. Das heißt, wir müssen als Lieferant natürlich diese kundenspezifischen Formate oder APIs in irgendeiner Form verstehen können und darauf adaptieren. Dann soll der Austausch natürlich möglichst automatisiert sein, ohne manuelle Eingriffe, wie vorhin schon angesprochen, erhöht natürlich ganz klar die Qualität der Daten, die Aktualität und minimiert natürlich grundsätzlich den manuellen Aufwand. Und wir möchten eben diese Technik mehrfach verwenden sozusagen, also mehrfach zur Anwendung bringen, ohne großen Aufwand, möglichst mit Konfigurationsmöglichkeiten. Und da kommt man natürlich schnell an die Grenzen, wenn man da vielleicht selbst anfängt zu programmieren oder was Proprietäres programmieren lässt, sondern da ist es sicherlich sinnvoll, eben so eine Plattform wie zum Beispiel Largess & Symfony zu verwenden, die einfach schon viele Dinge mitbringt und es dann wirklich nachher ganz einfach macht, so etwas zu verwalten und einzurichten. Ja, und dann muss man oder möchte man natürlich vom eigenen Tracking-System auch irgendwo unabhängig sein, weil vielleicht hat man im Unternehmen auch verschiedene Tracking-Systeme, auch das kommt vor, oder man wechselt vielleicht mal irgendwann im Laufe der Zeit auf ein Tracking-System, sodass man hier sozusagen noch eine Art Abstraktionsmöglichkeit hat, um da sich intern auch entsprechend einen Freiheitsgrad noch zu schaffen. Und dann ist es natürlich ganz wichtig, dass eben auch bei einem hohen Datenvolumen oder bei sehr, sehr starken Intervallen oder schnellen Intervallen, was durchaus vorkommt, natürlich die Technik entsprechend zuverlässig ist. Das heißt, dass die auch skaliert und die Daten zuverlässig übertragen werden. Das wird oft vernachlässigt, stellt dann hinterher fest, wenn man dann plötzlich 100 Projekte oder mehr hat, die da täglich Daten austauschen, wo mehrere hundert oder tausend Entwickler letztlich an beiden Seiten insgesamt beteiligt sind, dann kann das natürlich schon eine gewisse Kritikalität erreichen. Ja, welche Alternativen stehen dann zur Verfügung? Im Prinzip ist es, ich habe es schon angesprochen, eben so eine manuelle Nutzung von einem Web-Interface, die meistens eben zur Verfügung gestellt werden, damit man definitiv auf alle Fälle mal rankommt an die Daten, ist aber eben, wie gesagt, nicht besonders praktikabel, sehr fehleranfällig, dann kann man auch selbst was programmieren oder programmieren lassen, das kennt man aber sicherlich, es ist einfach wie mit allem, was man individual programmieren lässt, letztendlich nachher im Betrieb aufwendig, wartungsintensiv und vor allem, wenn es dann darum geht, Änderungen einpflegen zu müssen, dann wird es natürlich erst richtig aufwendig. Ja, eine spezialisierte Lösung wie Argus & Symphony bietet da natürlich halt schon erhebliche Vorteile, zum einen, wir können so einen Austausch wirklich komplett automatisieren, sodass die Entwickler, die Anwender der jeweiligen Tools intern mit dem Austausch selber eigentlich nichts mehr zu tun haben, sondern für die fühlt sich und fühlt sich das an, als ob die eigentlich mit Kollegen intern arbeiten, mehr oder weniger. Es ist hoch flexibel, das kann natürlich auch trotz unserem Template-basierten Ansatz natürlich auch trotzdem erweitert werden und angepasst werden, das ist bei uns von Anfang an immer ganz wichtig und nichtsdestotrotz eben bieten wir solche Fertigungs-Synchronisation-Templates, macht in vielen Fällen Sinn, da wie gesagt die OEMs teilweise eben schon auch die Prozesse vorgeben und die meistens dann auch relativ statisch sind auch über die Projekte hinweg für einen und denselben Kunden und so haben wir eben auch entsprechend nicht nur die technische Anbindung standardisiert, sondern eben auch die Abläufe schon quasi out of the box im Produkt implementiert in Form sogenannter eben Synchronisation-Templates. Ja, wie kann dann die Lösung mit Symfony ausschauen aus Lieferantensicht einfach mal jetzt gesehen das Ganze. Das Bild kennen wir noch und jetzt kann der Lieferant hier oder die eine Partei hier eben einen Symfony-Server implementieren. Der greift dann aus dem Netzwerk raus über einen spezifischen Portal-Adapter, also zum Beispiel bei Daimler eben gibt es den Dante-Adapter oder einen BMW-TAC-Adapter, greift er sozusagen auf das Portal zu, holt sich entweder das XML-File oder greift auf die Reste der API zu oder sonstige API, schnappt sich die Daten, verarbeitet die intern gemäß den vereinbarten Workflows und Regeln Transformationen und bringt die Daten dann über einen spezifischen Tool-Adapter wiederum direkt dann in das interne Änderungsmanagement rein. Hier haben wir also für nahezu alle gängigen Tools entsprechende Adapter zur Verfügung. Das werden wir nachher auch mal mit einem kleinen Schaubild in der Übersicht sehen, sodass wir hier eben einen nahtlosen Austausch der Daten realisieren können mit einer kompletten Automatisierung. Jetzt ist das ja mal ein ganz einfacher Fall. Ich habe ein Projekt mit einem Steuergerät zwischen zwei Parteien. Jetzt ist es natürlich so, dass die Komplexität steigen kann, weil in der Regel natürlich ein Automobil- Lieferant oder grundsätzlich Unternehmen nicht nur einen Kunden haben, also in den meisten Fällen jedenfalls, sondern eben auch mehrere und die auch hier unterschiedliche, wie ich es vorhin schon genannt habe, unterschiedliche Technologien verwenden, haben wir eben verschiedene Adapter eben für die verschiedenen OEM-Lösungen, aber das können natürlich auch, wie gesagt, müssen nicht nur proprietäre OEM-Lösungen sein, das können eben auch zum Beispiel, wie schon gesagt, zum Beispiel ein Atlassian Jira auf der OEM-Seite stehen oder auf der Sub-Lieferanten Seite und genauso über dieselbe Technologie verbinden wir uns da natürlich dann auch dran. Dann kommt natürlich noch dazu, dass wir auch mit den als Lieferanten mit den jeweiligen Kunden auch nicht nur ein Steuergerät oder Fahrzeugprojekt haben, sondern beliebig viele und auch das muss natürlich konfiguriert und verwaltet werden und auch das kann natürlich in August und Symphonie auf sehr einfache Art und Weise geschehen. Die weitere Komplexität, die sich für einen Lieferanten, der so jetzt in der Mitte steht, ergeben kann, ist, dass er eben nicht nur Kunden auf der einen Seite hat, sondern in bestimmten Projekten eben auch auf Sub-Lieferanten zugreifen muss oder möchte. Und hier geht es dann natürlich genauso weiter. Hier haben wir die gleichen Möglichkeiten wie auf der rechten Seite können wir natürlich auf der linken Seite machen. Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie jetzt ein Lieferant vielleicht auch eine Art Portallösung über Symphonie für seine Lieferanten anbieten kann oder sich direkt mit den Lieferantensystemen verbindet. Das heißt, hier sind wir auch komplett offen und flexibel, was die Anbindung eben auch an eigene Sub-Lieferanten angeht. Ja, was wären jetzt oder was sind jetzt die zum Teil auch schon angesprochenen Vorteile? mit einer Lösung wie Argus und Symphonie. Zum einen natürlich die Daten werden konsistent gehalten und übertragen dadurch, dass wir über einen Automatismus entsprechend hier auf die Daten zugreifen und diese entsprechend übertragen. Die Daten sind also genau dann verfügbar, genauso wie es geplant ist, ich sage jetzt mal aus Workflow-Sicht, natürlich, das heißt, da stehen die Daten auch immer aktuell bereit. Es gibt viel weniger Abstimmungsaufwand, weil einfach die Datenbasis klar ist, ich muss jetzt nicht mehr anrufen bei meinem Lieferanten, hast du den Defekt schon gesehen, sondern er weiß automatisch basierend auf dem Zustand, aus dem Statusmodell heraus eben, dass die Daten beim Kunden sind und beim Lieferanten sind und sollten sie das nicht sein, dann gibt es entsprechend natürlich auch die Möglichkeit über Symphonie, über die Logs und Transaktionsaufzeichnungen und über das Reporting auch genau zu sehen, ob eine Übertragung vielleicht mal nicht hundertprozentig geklappt hat und warum. Also wir hatten natürlich schon die Fälle, dass vielleicht auch das System beim OEM nicht verfügbar war, aus Wartungsgründen oder die Internetverbindung und das sind natürlich solche Infrastruktur Dinge, die auch in Symphonie natürlich enthalten sind, dass also auch hier, wenn mal ein Fehler passiert, man genau nachvollziehen kann, dass ein Fehler passiert ist und warum und was eben auch nicht vielleicht korrekt übertragen wurde, komme ich aber auch noch darauf zu. Wir haben natürlich eine ganz klare Entlastung der Mitarbeiter, der Entwickler, sie müssen sich jetzt nicht zusätzliche Tools ihrer Kunden angucken und sich damit beschäftigen und Daten manuell kopieren, sondern die arbeiten eigentlich wirklich, wie wenn sie nur noch mit internen Kollegen arbeiten würden, in den eigenen Werkzeugen, die eben das Unternehmen bereitstellt und dadurch, dass wir eben weniger manuelle Eingriffe haben, reduzieren wir natürlich auch die Fehlerquellen und erhöhen da wesentlich die Qualität der Daten und damit insgesamt natürlich auch die Qualität der Produkte indirekt. die Kosten es gibt natürlich klar ein bestimmtes Investment auch für eine Lösung wie Symphonie aber es rechnet sich definitiv denn die Produktivität der Mitarbeiter steigert sich und das merken sie vor allem eben dann wenn sie schon Kollegen haben die auch manuell hier die Systeme pflegen und vor allem vielleicht auch noch manuell gemachte Fehler wiederum korrigieren müssen ja und was natürlich auch für Symphonie spricht dank unserem Ansatz mit schon verfügbaren Templates und unserer Erfahrung und den sehr einfachen Möglichkeiten in der Konfiguration erreichen wir natürlich auch eine schnelle Implementierung für initiale Aufbauten zwischen zwei Partnern aber eben auch für die laufende Konfiguration und Administration für zum Beispiel weitere neue Projekte die auf der gleichen schon bestehenden Technik eben arbeiten ja und das hatte ich schon angesprochen auch die Infrastruktur ist natürlich wichtig die wir mitbringen in Bezug auf Ausfallsicherheit oder auch die Skalierbarkeit jetzt vor allem bei der Übertragung großer Datenmengen oder in häufigen Intervallen auch das berücksichtigen wir natürlich mit unserer Plattform und entsprechend wurde die eben auch bei der Entwicklung ausgelegt das heißt nochmal zusammenfassend eben jetzt speziell für den für den Bereich Automobil dass wir eben hier schon standardmäßigen Reihe von Portalen Werkzeugen Formaten eben und ich sage jetzt auch mal ergänzend Workflows unterstützen also hier nochmals die verschiedensten Portale und Formate wie aber auch natürlich Werkzeuge um intern eben das sozusagen eigene Zielsystem dann entsprechend die Daten auch entsprechend verbringen zu können so schauen wir mal noch ein bisschen oder bevor wir in den technischen Aufbau reinschauen mal ganz kurz hier wiederholt was letztendlich auch architekturseitig von Symfony verlangt wird also wir brauchen also in irgendeiner Form eine modulare Plattform weil ich möchte eben per Konfiguration ähnlich geartete Projekte natürlich nicht immer von vorne aufsetzen sondern einfach auch Konfigurationsmöglichkeiten haben wir möchten entsprechend auch den initialen Aufwand schon möglichst reduzieren und dennoch möchten wir vielleicht auch individuelle Anwendungsfälle in der Lösung irgendwo abbilden können ohne programmieren zu müssen das ist natürlich auch ganz wichtig und wir wollen bestimmte Komponenten wie zum Beispiel die Adapter eben auch wiederverwenden können das heißt wenn ich eben wie gesagt mehrere Projekte mit einem und demselben Kunden habe dann möchte ich nicht fünfmal den Dante Adapter installieren müssen sondern ich möchte den nur fünfmal vielleicht maximal konfigurieren müssen oder wenn ich an fünf verschiedene Jira Instanzen mich verbinde dann möchte ich eben auch nur technisch sozusagen einmal diese Verbindung aufbauen aber mit unterschiedlichen Konfigurationen so und wie wir das machen schauen wir uns den technischen Aufbau kurz an auch natürlich schon auf einer etwas höheren Flugebene jetzt nicht gehen jetzt hier nicht in die ganz tiefen Details ich hatte es vorhin schon mal angedeutet Symfony ist quasi als ein Abussystem aufgebaut so mal diese orangene Linie symbolisieren und Sie sehen da ringsum docken wir dann sozusagen an die Plattform die verschiedenen Adapter an die dann wiederum die Schnittstelle letztlich bilden zu den Tools die Sie entweder intern einsetzen wie zum Beispiel eben hier oben Jira oder Codebeamer oder HP ALM DORS und so weiter und natürlich auch eben die Anbindung an die OEM Systeme hier das ist die eine Seite was wir mit den Adaptern letztlich dann auch machen ist eben auf der einen Seite verstehen die Adapter eben die toolspezifische API als auch die Syntax und wir normalisieren das sozusagen in die Plattform um dann dort wo die Abläufe tatsächlich dann gesteuert und ausgeführt werden gesteuert und gelenkt sozusagen über diese Prozess Ablauf Templates dass wir da halt intern eine einheitliche Sprache sozusagen für uns innerhalb der Plattform haben und dann dadurch eben das Ganze sehr modular und wiederverwendbar aufbauen können wir sind dadurch natürlich oder Sie als Kunde von Agosense komplett unabhängig von den Software Herstellern damit meine ich jetzt die Hersteller hier denn wenn jetzt hier eine neue Version von dem Jira oder von dem HP ALM oder was Sie auch immer einsetzen kommt können Sie bedenkenlos unabhängig jetzt von Ihrem Austausch oder von Ihrer komplexen Tool-Integration die Sie vielleicht schon aufgebaut haben komplett unabhängig davon einfach Ihr Werkzeug updaten wir sorgen über die Adapter immer dafür dass die jeweils entsprechend auch mit upgedatet werden und wir garantieren dass alles was Sie hier drin konfigurieren an Ablaufsteuerung auch immer mit den neueren Versionen diese Werkzeuge funktioniert und bringen dann natürlich auch neue Funktionalitäten die so ein Tool dann an der API vielleicht mitbringt natürlich auch in den Adapter rein aber das wichtigste ist erstmal wieder immer diese Aufwärts Kompatibilität dass wir jetzt auch neuere Versionen von den Adaptern die können sogar auch im laufenden Betrieb eingespielt werden sogenanntes Hot Deployment also hier müssen Sie auch nicht mal die Plattform runterfahren sondern wenn Sie hier zig Prozesse am Laufen haben dann möchten Sie die auch natürlich nicht stören sondern die laufen dann einfach weiter wichtig ist natürlich auch und hier auf der linken Seite orange dargestellt sind verschiedene administrative Module die werden dargestellt für den Administrator in der Web-Oberfläche also es ist eine Web-Anwendung sozusagen was die Administration angeht und hier können wir die verschiedenen Integrations Szenarien die wir haben die verschiedenen Projekte alles komplett individuell konfigurieren auf verschiedensten Ebenen und auch mandantenfähig das heißt wenn Sie es in einem größeren Umfang einsetzen und verschiedene Abteilungen haben die selbstständig zum Beispiel hier die Konfiguration durchführen dann können Sie das auch schön logisch trennen sodass die praktisch jeweils ihre eigenen Konfigurationen machen aber trotzdem die Adapter hier alle gleich mit verwenden sozusagen das ist also auch eine sehr schöne Eigenschaft und nicht zu vergessen wir haben auch sehr viele Kunden die sagen ja es gibt natürlich diese vielen schönen Standardwerkzeuge und die Adapter dafür aber wir haben komplett selbstgeschriebene Datenbank oder Werkzeug ganz spezialisiert möchten aber gern die Integration in unsere restliche Umgebung eben auf eine einheitlichen Technologie machen und dafür haben wir ein sogenanntes Adapter Framework letztendlich dann auch das wir unseren Kunden bereitstellen damit die auch hier komplett eigene Adapter entwickeln können also hier sogenannte Self-Developed Adapter und hier wir brauchen halt irgendwie eine Art von API sozusagen das ist halt immer die Voraussetzung damit man bestimmte Dinge automatisieren kann und dann kann man natürlich hier einen eigenen Adapter entwickeln kann den genauso in seine Integrationswelt mit einbinden genau hier haben wir mal so ein bisschen reingezoomt in dieses Schaubild Integration ist natürlich jetzt hatte ich schon mehrfach angesprochen mehr als nur ein reines Attribut Mapping sozusagen oder auch so diese Synchronisations Punkte dieses Status Mapping mehr oder weniger sondern es ist eben eine bestimmte Logik die die eben ganz wichtig ist ein Workflow ein Arbeitsablauf ein Prozess wie wir das nennen und dafür haben wir eben für die für ganz viele Anwendungsfälle entsprechende Vorlagen schon gemacht die die wir also direkt an unsere Kunden ausliefern können speziell im Bereich Automobil eben für die ganzen Partner Anbindungen hier eben wie gesagt auf der einen Seite die fertigen Adapter und zusätzlich eben auch die Prozesstamplates die den Arbeitsablauf den Prozess berücksichtigen sind da zur Verfügung das heißt damit können wir entsprechend eben auch die Entwicklungs oder auch Geschäftsprozesse über die Werkzeuge hinweg abbilden und sicherstellen die Regeln definieren und gleichzeitig können diese Templates aber das hatte ich auch schon gesagt jederzeit weiter individualisiert und angepasst werden also es ist kein starres Konzept das wir hier haben wie gesagt die Templates sind einfach ein guter Einstieg reichen in den meisten Fällen auch ausbieten mehr als die klassische 80-20 Lösung aber es gibt eben oft den Fall dass es eben vielleicht nicht ganz passt oder dass es noch Sonderwünsche gibt und dann können wir auch in die Templates eingreifen beziehungsweise sie selbst entsprechend mit einer kleinen Schulung einen Tag können sie direkt auch die Templates selbst anpassen das ist also kein Hexenwerk ja dann würde ich gerne noch da das Produkt jetzt selbst zu zeigen nicht immer ganz so spannend ist wenn es um Datenaustausch geht habe ich einfach mal so ein paar Screenshots rausgepickt also hier sieht man einfach nochmal diese diese oben in dem oberen Bereich so stellt sich das da in unserer Administrations- Serverfly hier sind die verschiedenen Adapter sind jetzt hier mal ein paar sozusagen installiert diese wiederum können individuell konfiguriert werden würde ich jetzt hier einen Doppelklick machen und dann bekomme ich die Möglichkeit eben für einen Adapter beliebig viele sogenannte Configuration Sets anzulegen das heißt wenn ich zum Beispiel hier mehrere DORS Server habe dann kann ich eben für jede für die Verbindung zu jedem DORS ein eigenes sogenanntes Configuration Set anlegen obwohl ich den DORS Adapter nur ein einziges Mal natürlich auch hier habe und hier unten sieht man die diese Prozess Templates die wir hier haben und hier zum Beispiel so ein CSV to Panama also das ist einfach so hier hat jemand intern rein das ist eher ein Beispiel Template wo man praktisch per CSV File umwandelt in ein von BMW bereitgestelltes Panama Format sozusagen also hier gibt es ganz unterschiedliche Anwendungen die wir machen zum Thema Adapter Framework vielleicht noch ein paar Punkte das heißt wir verbinden das hatte ich ja schon gesagt die Tools mit der Plattform über diese über diese Adapter und das gestaltet sich dann zum Beispiel nachher so das wäre jetzt das was ich schon angesprochen hatte hier so eine Adapter Konfiguration das heißt hier verbinde ich mich jetzt jetzt der Jira Adapter hier verbinde ich mich mit einem Jira System und habe ich eben mehrere Jira Systeme dann kann ich eben mehrere sogenannte Konfigurationen eben anlegen auch Proxys werden entsprechend unterstützt zertifikatsbasierte Anmeldungen werden unterstützt also hier haben wir auch alles mögliche eben schon implementiert was so in der täglichen Praxis einfach bei den Kunden vorkommt um möglichst elegant eben an die Systeme heranzukommen dann ganz wichtig ich hatte vorhin das Thema Datensicherheit oder die Sicherheit und Verlässlichkeit der Übertragung angesprochen da nutzen wir eben einen Transaktionsmechanismus das heißt sollte es im Verlauf einer Transaktion also einer Synchronisation dann doch fehlerhaft die Objekte geben oder beziehungsweise Objekte die einfach nicht synchronisiert werden können aus bestimmten Gründen dann erhalten wir uns die wir speichern die und brechen deshalb aber nicht so einen Synchronisationsvorgang ab sondern lassen den eben weiterlaufen und merken uns eben die die fehlgeschlagen sind und weisen dann darauf hin was dann nicht in Ordnung war in unserem Reporting und dann kann man das entsprechend auch wiederum korrigieren vielleicht im Zielsystem ist vielleicht ein Attribut falsch gesetzt oder es fehlt eine Berechtigung und so weiter und so fort solche Dinge tauchen gerne passieren gerne das kann man dann entsprechend ganz klar nachvollziehen oder das Fehlerverhalten an sich kann ich eben konfigurieren wenn zum Beispiel einer der Endpunkte der Zielsysteme nicht verfügbar ist dann das heißt für uns noch nicht dass wir die Transaktion einfach abbrechen sondern wir haben da verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten das zeige ich gleich wenn ich den Screenshot hier vergrößert habe hier sieht man das so ein bisschen hier kann man dann eben auch sagen okay wenn Fehler vorkommt halte an oder eben auch nicht oder gib eine Fehlermeldung aus schick eine E-Mail an den Administrator hier gibt es verschiedenste Möglichkeiten oder wenn jetzt hier eine Verbindung vielleicht nicht zur Verfügung steht dass ich eben sage okay ich mache hier ein Retry und ich gebe jetzt hier an wie oft so ein Retry stattfinden sollen und in welchen Abständen bis eben eine Verbindung wieder hergestellt ist sodass Sie als Administrator hier jetzt nicht ständig im System eingreifen müssen auch nur weil jetzt vielleicht mal kurzzeitig eine Verbindung nicht zur Verfügung steht sondern das System lässt sich hier natürlich entsprechend einstellen und auf solche Dinge reagieren was dann eben noch ganz wichtig ist weil einfach die die Anzahl der Synchronisationsvorgänge einfach stetig steigt bei unserem Kunden ist dass wir auch Möglichkeiten haben eben das System einmal für die Lastverteilung entsprechend zu klastern also hier ist es so dass man ganz simpel einen zweiten Server installiert dem sagt okay du bist jetzt verbunden mit dem ersten Server noch ein bisschen Konfigurationsarbeit macht und dann ist es so dass wir hier eine komplette Lastverteilung haben das heißt diese diese Knoten entsprechend verteilen dann die Last automatisch auf die verschiedenen Server und wissen alle untereinander aber wer gerade an was arbeitet denn das gleiche System wird auch verwendet für Ausfallsicherheit beziehungsweise Hochverfügbarkeit das heißt sollte man hier gerade im Prozess am Laufen sein und der Server fällt aus dann wird automatisch der Prozess übernommen von einem anderen Cluster und es ist praktisch komplett transparent im Hintergrund oder für Sie im Vordergrund sozusagen dass hier also wirklich keine Daten verloren gehen und das System also immer am Laufen bleibt noch ein paar weitere Funktionalitäten möchte ich gern ansprechen zum einen natürlich können wir Kontextinformationen zum Beispiel auch Dateianhänge natürlich übertragen das ist da ganz wichtig also Kontextinformationen bedeutet zum Beispiel eben Hierarchien und Strukturen von bestimmten Daten vor allem jetzt im Bereich Anforderungsmanagement haben Sie vielleicht eine Dokumentstruktur oder Tasks die Sie vielleicht synchronisieren wollen haben Subtasks also dass wir auch natürlich solche Hierarchien und Strukturen mit übertragen können in andere Werkzeuge verbringen können Kommentarfunktionen es gibt oft Attribute Kommentarattribute die können wir entsprechend auch bedienen das ist immer so ein bisschen eine Spezialfunktion Mandantenfähigkeit hatte ich auch schon mal angesprochen das heißt hier können Sie wirklich Aufgaben an eine Subadministration verteilen wenn Sie hier gemeinsam das System nutzen dafür ist es auch ausgelegt es ist auch serverseitig entsprechend lizenziert also wir kümmern uns jetzt nicht darum wie viele Anwender Sie in den verschiedenen Werkzeugen haben sondern es ist immer auf der Basis von einem physikalischen Server lizenziert und Sie können diesen Server sozusagen eben einteilen in verschiedene Mandanten sodass jeder seinen eigenen Zugang hat und jetzt nicht unbedingt sieht was die andere Abteilung gerade für für eigene Customizing oder Konfiguration gemacht hat sondern jeder kann die Komponenten die Zentralen wie die Adapter und die Prozesse mit benutzen gemeinsam aber konfiguriert und gekustomized wird jeweils separat für jeden Mandanten selbst das ist auch eine ganz gute Eigenschaft genau weiterhin wichtig ist natürlich dass wir nicht nur einen Synchronisationsprozess zur Zeit ausführen können sondern eben entsprechend parallel beliebig viele eben vor allem beliebig viele dahingehend wenn wir uns das Bild nochmal in Erinnerung rufen mit dem Clustering können wir natürlich in der Horizontalen entsprechend das Ganze erweitern wir haben eine Synchronisation die jetzt zum einen entweder zeitgesteuert stattfinden kann dann manuell macht man dann eher für Testzwecke aber auch zum Beispiel ereignisbasiert also zum Beispiel können wir sogenannte Event Trigger aus den Tools eben auch verwenden um diese in unsere Plattform zu injizieren also ein Statuswechsel findet in Jira statt und dahingehend können wir sozusagen das ausnutzen und direkt einen bestimmten Synchronisations Prozess damit starten oder online wir überwachen bestimmte Daten oder Datenmengen und sobald wir eine definierte Veränderung feststellen wird Symfony aktiv und startet dann zum Beispiel den Prozess also hier gibt es verschiedenste Möglichkeiten wie man das Ganze initiieren kann das hatte ich schon gesagt und wichtig ist natürlich auch dass wir wir nennen das intelligentes Data Linking oder Daten verlinken mit einer sogenannten Persistenz das heißt wir liefern auch eine Datenbank mit oder nutzen eine die Sie bereitstellen um da bestimmte Daten zu speichern zum einen geht es darum bei Tool Integration oder auch wenn Sie zwei Systeme haben dann müssen Sie ja zuordnen welches ist mein Datensatz welche ID und welche ID hat der Datensatz dann gegenüber dieses sogenannte Schlüsselpaar kann man zum Beispiel eben auch in Symphonie persistieren hat den Vorteil Sie sparen sich wiederum Änderungen an einem eigenen Datenmodell und wir nutzen aber auch die Persistenz zu um mithilfe von Checksummen die Übertragung zu minimieren das heißt wir tragen wirklich nur die Daten die tatsächlich auch geändert wurden wir wissen also wir speichern zu jedem Synchronisationsvorgang bestimmte Checksummen und wissen daher ganz genau wenn wir Daten aus dem System holen ob die im Vergleich zur letzten Synchronisation verändert wurden oder nicht und schicken natürlich nur die auf die Reise die verändert wurden das Ganze hier natürlich auch möglichst effizient zu gestalten ja damit wäre ich im Prinzip am Ende meines Vortrags ich würde mich jetzt über über ihre Fragen freuen lege da hier noch mal ein paar zusammenfassend noch mal ein paar Vorteile auf und würde mal schauen ob es hier schon Fragen aus der Zuhörerschaft gibt vielleicht in der Zwischenzeit noch der eine oder andere überlegt vielleicht noch was wir anbieten die Frage kommt sehr häufig ob man das ganze System auch gerne mal testen kann ja selbstverständlich es gibt zwar keine ja keine Test kein Test Drive sozusagen den Sie einfach runterladen können Sie sehen natürlich hat das Thema hier eine gewisse Komplexität aber wir stellen die Plattform gerne auch für eine gewisse Zeit kostenlos zur Verfügung mit kommt jemand ein Tag von uns und geht mit Ihnen alles durch und implementiert testweise und dann können Sie das Ganze mal ausprobieren das machen wir natürlich sehr gerne dann vielleicht noch eine eigene Sache hier zum Webinar Sie bekommen die Folien und auch das Webinar selber wird aufgezeichnet bereitgestellt zum Download dann im Anschluss bekommen Sie noch eine E-Mail mit den entsprechenden Links dazu und wenn Sie weitere Fragen haben dann stehen wir natürlich jederzeit gerne Sie zur Verfügung schaue ich mal hier kann was rein dann muss ich immer die mal anschauen so die Frage lautet Sie haben dargestellt dass ArgoSense zwischen zwei Firmen genutzt wird oder werden kann müssen beide Seiten ArgoSense installieren muss die andere Seite ein Plugin oder ein zu Symphonie gehörendes Tool installieren die Antwort ist die kurze Antwort ist nein die längere Antwort würde ich da würde ich gerne noch mal ein paar Folien zurückgehen das zu verdeutlichen kleinen Augenblick und zwar hier also nochmal die Frage war jetzt habe ich zwei Parteien müssen denn auf beiden Seiten muss denn auf beiden Seiten Symphonie installiert werden um Daten austauschen zu können ich sage die Antwort ist nein es kann muss aber nicht schön wäre es wenn es so wäre aber wie gesagt jetzt im Automobilbereich eben jetzt hier nehmen wir mal BMW als Beispiel BMW hat hier eben eine eine Fassade ein Portal wo man wo der Zulieferer per Rest API direkt auf das Portal zugreifen kann BMW intern verlängert verlängert sozusagen dann diese Zugriffe oder setzt die intern mit einem eigenen System um ins eigene Change oder Defect Management sozusagen und da ist es dann in der Regel so dass die Zulieferer Symphonie nutzen und per BMW spezifischen Portaladapter hier sozusagen drauf zugreifen jetzt gibt es auch die Kombination dass wir zwei Parteien haben und der eine sagt ja ich ich habe hier jetzt kein proprietäres Portal sondern ich stelle jetzt zum Beispiel Jira in die DMZ und hier könnt ihr die Defekts oder die Daten die für euch bestimmt sind lesen ihr könnt das Jira Web Interface aufmachen oder ihr könnt eben auch die Jira API verwenden das heißt auch hier kann die eine Partei dann einfach über den Jira Adapter dann direkt auf das Jira zugreifen und entsprechend über vereinbarte Prozesse zwischen den beiden Parteien entsprechend die Daten abgreifen und wieder schreiben per Berechtigungen natürlich kann der Owner des Systems natürlich festlegen was darf der Partner sehen was darf er bearbeiten und so weiter das ist ja natürlich klar das ist immer die Voraussetzung wenn ich über Prozesse und Workflows spreche ist das dann sind natürlich auch die Berechtigungen damit gemeint ja ich hoffe dass das mal die eine Frage beantwortet hat dann noch eine Frage in diesem Beispiel würde Agosense in einem vorher definierten Zeitinwald die Verbindung zum Tool des OEM herstellen und nach neuen Daten suchen genau also das ist eben so jetzt der Standard wäre das OEM und Lieferant jetzt hier vereinbaren okay wir wir stellen euch hier die Daten zur Verfügung und du lieber Lieferant schaust bitte alle halbe Stunde nach gibt es was Neues und wenn es was Neues gibt dann hol dir die neuen Sachen und wir erwarten eben auch einen halbstündigen Abgleich der Daten die du von uns schon geholt hast und vielleicht bearbeitet hast eben auch wieder zurück ja deswegen macht da meistens sagen wir bei zwei getrennten Systemen sozusagen eine Zeitsteuerung mehr Sinn wir könnten aber auch im Prinzip das auch so machen dass wir sagen immer wenn sie hier zum Beispiel ein vorher importiert vom OEM importierter Defekt im Zustand ändert dass wir diesen Zustandswechsel verwenden um eine Synchronisation anzustoßen damit also noch aktueller die Daten hier drüber drüben ablegen auch das könnte man machen dann noch die Zusatzfrage wie würden wir den Zustandswechsel erkennen also das hatte ich vorhin versucht zu erklären also zwei Möglichkeiten entweder sozusagen dass wir über den Tool Adapter das System quasi monitoren mehr oder weniger dann läuft so ein kleiner Monitoring Prozess der einfach die Datenbasis überwacht zum Beispiel per Abfrage oder so und dann auf ein bestimmtes Kriterium einfach reagiert oder viele Tools wie zum Beispiel PTC Integrity oder Jira bieten sogenannte serverseitige Event Trigger das heißt wenn ich in Jira einen Statuswechsel mache oder in Integrity zum Beispiel dann kann ich mit diesem Statuswechsel ein externes System anpingen sozusagen ich nenne es mal so unsere Adapter beziehungsweise unsere Austauschprozesse haben auch immer eine direkte Schnittstelle nach außen das heißt man könnte dem Integrity eben hinterlegen okay wenn es hier zu einem bestimmten Zustandswechsel zum Beispiel kommt dann starte genau diesen Prozess in Symfony dann würde eben der Adapter wiederum die Daten holen und entsprechend übertragen gut dann schaue ich auf die Uhr wir liegen top in der Zeit quasi Punktlandung also ich weise nochmal drauf hin hier die Kontaktdaten aber Sie bekommen auch alles nochmal uns geliefert ja ich bedanke mich für die Teilnahme und für das Durchhalten hier über die Stunde und würde mich natürlich sehr freuen wenn Sie mit unserem Unternehmen weiter in Kontakt bleiben und diesen entsprechend auch vertiefen und freue mich auf ein vielleicht weiteres Wiederhören in einem anderen Webinar vielen Dank auf Wiederhören